Ich glaube ich lass keine YouTube Musik laufen oder so, ey. Ehrlich. Das liegt einfach nur an YouTube. Das wäre lustig, ne? Das wäre sad, ey, gesagt. So, jetzt hab ich hier Time-Bomb, kack. Nach datz, so. Ich lass jetzt einfach... Ich lass jetzt einfach keine Musik am Laufen von YouTube. Keine Ahnung. So. Fuck mich halt grad ein bisschen ab, aber was soll ich machen? So, New Power. Ja. Ja. Ich hab einfach schon 7 B-Games. Holy Night, Alphamon. Oh, jetzt geht's los. Jetzt musst du 200 Fischer kehren. Ne, Anti war die schon. Oh, nee. Und die 200 Fischer. Ja. Ich würd die 200 Fischer zuerst machen. War klar, ey. Ja, ist doch so. Weil da weißt du wenigstens, die Fischer droppen 100%. Okay. Ja, Mann. Machen wir. Ich würd dir jetzt meinen Ring geben, aber... Ja. Ich war nützig oder so. Ja, stimmt. Kann ich mir eigentlich schon mal Gates kaufen, ne? Eigentlich schon, aber so viele will ich mir nicht hören. Ich hab ein A-Gate. Ja, ich hab noch 30 A-Gates, deswegen. Verbaue ich dir nochmal. Dark Tower Mutant Summon Card, ne? Nein. Nein. Ah, ne, hier waren die. Hier, ah. Wennst du nicht ein Time-Innergates? Oh, wie viel soll ich mir holen? Schau mal, 25. Ich komm. Holen wir einfach mal 25, so. Dann gehen wir schon mal nach... Äh... All 3. All 3. Und go. Brauchst du bei den Antibody Hilfe? Brauchen wir Hilfe? Schaffen wir, glaub ich, ne? Ne, aber danke für die Hilfe. Oder wenn du Bock hast, kannst du auch kommen, ich mein. Mir egal. Mir egal. Mir egal, uns egal. Kannst du ruhig kommen. Ne, sogar noch, dann geht's wenigstens noch schneller. Also wenn YouTube wirklich das Problem war, ne, dann... Dann raste ich aus. Also wenn ich bei dir... Na, Rippe, Alter. Dann mach ich Spotify oder so. Ah, mach eine Spotify-Playlist an. Hab ich ja noch nicht gemacht. Du hast kein Spotify? Ne. Ja, lass ich jetzt die schöne Musik hier vom Spiel laufen. Ich hab die eben aus. Oh, muss man die Antibody's auch noch einsammeln? Ich hätt gedacht, einfach nur killen, ey. Rippe. Das wär schön. Oh, jetzt wär so ein Apo gut. Einfach mit AOE reinrushen, ey. Aber die AOE wanted it nicht. Sicher auf 99, locker, Alter. Ach, sag ich mir. Und Perfect Clone, alles locker. Okay, dann schon. 2K, 2K ungefähr brauchst du. Ja, aber guck mal, ich hab schon wieder 10 Stück davon, ja. Dann sagst du, bis du dann irgendwann 100 hast und dann merkst du, wie langsam die Zeit steigt. Und dann merkst du, dass du nochmal 100 brauchst, einfach. Ja. I love it, ey. Du-dup, 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 du-dup. Hello, 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 hello. Suck. Oh. Du-du-dup, du-dup, du-dup. Jetzt hab ich schon 20. Warte, ich hab 10 B, geht's. 10 hast du schon B? Ja. Dann können wir ja schon anfangen mit B. Ja, wir müssen 1 A halt kloppen. Und jetzt wird der Server leer gemacht, jetzt werden die ganzen Dixo-Gräber uns vernichtet. FIFA. Warum FIFA? FIFA ist bar. Ja. FIFA ist bar. Fußball in Real Life spiel ich eigentlich gern, aber... Aber Konsolen, ey. Nee, Mann. War ich noch nie der Fan von, irgendwie. Äh, äh. Ich spiel lieber Basketball. Oder wieder Chess. Ich spiel lieber Golf. Ey, Felix, ich glaub, ich mach sogar nen Level Up, während ich die Fücher klappe. Mit welchem Kill zu dealen? Tamer, mit meinem Alphamon. So, welches Level ist denn das erst? Ja, nicht mein Alphamon, mein Tamer, mein ich. Ach so. Mach ich Level Up. Wie viel kriegst du denn? Ich krieg 100, äh... 0,1% pro Map. Ja, wow. Wenn ich 40 Stück klappe und... ...weiß die... ...B-Gates bringen sich ja noch mehr Erfahrung. Ich hab grad mal jetzt gleich 40 und ich hab schon keinen Bock mehr, ey. Das ist so langweilig. Ja, ja, ja. Dann könnt ihr lieber so ein fettes Dex-Doro raushauen, weil's so richtig fett Schaden macht. Und dann musst du dann klatschen. Ja, weil du einfach so wie bei... ...Omega-Monkey einfach, äh... ...Amagetamon klatschen. Das ist viel spannender. Ja, anstatt 200 von den normalen hier zu facken, ey. Weil du... ...weil du einfach weißt, dass bei dieser Quest, äh... ...Rip gehen. Das ist halt so. Weil das viel drückt. Es kommt noch ein bisschen eine Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo-Kilo. Mach was wie du willst! Dau, ich-Fahr mit 525. Jetzt brauchen wir nur 1. Haha, dat wär... ...ne, sofort beim 1. Das wär's. Dup-Dup-Dup-Dum. Tidididididimibip-Pow. Nur bleibt arm hier. Der Typ soll mal kommen, ey. Ja, wir haben gleich schon halb 8, ey. Ja, der Typ soll langsam kommen. Habt ihr beide auf 41 oder seid ihr schon mal mit den beiden? Ich? Meine beiden sind 70. Billix. Eins ist 90. Ja. Und eins ist 41. Echt? Nein, ich meine, du bist ein kleinerer Quiz, ein kleinerer Bein, der 41 ist, oder? Nein, dein Handy spackt, glaube ich gerade, oder dein Mikro. Ja, aber, ja, man kann die Klasse erst anfangen, wenn beide 41 sind. Ach so, okay, dann hat ich ja doch recht. Ich glaube, dein Handy-Mikro ist im Arsch. Kann sein. Ach, egal. Mein Handy ist im Arsch? Dann ja, du bist voll kratzig. Ja. Oh Mann, ich hasse das. Jetzt geht's wieder. Ja. Sorry, Leute. Ja, so ist besser. Jetzt geht's wieder. Jetzt ist gut. Ja. So, wie viel habe ich? Boah, 60. Ey, das nimmt ja gar kein Ende. Das ist ja 70 schon. Ja, wow, Alter. Oh, ne, 60. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. 200 Items sind Laufbereiche. Ach. Eigentlich die langweiligste Quest ist die für Ex-A-Mann. Ne, also, ich hätte jetzt so ein Apokai-Mann, weil der so eine AO-Skill hat, wo du dann einfach alle triffst um dich herum. Ja, das ist so geil. Hab ich gerade auch schon gesagt. Ja, einfach so ein Chess. Oder ne Magna-Mann wird auch schon reichen. Einer schickt hier so, der Silv, der schickt so einen Roboter-Smiley in den Chat. RIP EARS. Mit so einem Roboter-Smiley. Felix, gib mir immer Mod. Ich soll dir Mod geben? Ja. Und dann? Dann banne ich dich. Keine Frage. Warte. Ja, du bist jetzt, du bist jetzt Fame, Junge. Du bist jetzt... Ein Mod. Jetzt kann der Kacke machen. Hörst du den? Seine Gummi-Tastatur? Meine Gummi-Tastatur? Ja. Willkommen zu einer Rüsen. Tschüss, Alter. Warum hört man die? Ja, weil du... Keine Ahnung. Ach, was. Ein Mongo bist. Ein Pokémon-Mongo. Mod. Oh. Och, Manu, ey. Ah, ne. Ich bin nicht mehr Mod-Mod-Fan. Doch, bist du doch. Warte. Du hast dieses... Dieses Schwerse. Dieses Schwer... Ja, nicht mal Lukas hat Mod. Doch, der hat Mod, glaube ich. Glaubst du? Ja, ja, ich habe ein Schwerter. Eigentlich sollte er haben. Und Dingens... Arme? Okemi hat auch Dingens. Ach ja, Okemi hat der auch noch. Ja, Lukas wird gleich auch kommen. Wenn er ein bisschen mit uns labert. Ja. Ha ha. So. 89. Ja, okay, das ist mehr. Guck. Habe ich doch gesagt. Ja, geht wirklich nicht um. Eigentlich diese Quest. Die ist sogar noch ekelhafter als die Dexter und Greymon Quest. Danach bin ich doch fertig doch schon, ne? Ja, mit Ryodamon dann schon. Geil. Also ich fand die Examon-Quest irgendwie besser. Sie ist auch besser, weil sie schneller geht. Ja, genau das dachte ich. Na, egal. Was? Examon. Ich hab das gut bekommen. Ich kann's mal gucken. Vielleicht hab ich ja Lack. Hab ich eh nicht. Und du und Lack passt nicht in einen Satz. Ist auch so. Und Spots kein. Ja, die geht eigentlich. Also wenn man eigentlich einen guten Spot hat, der voll ist, dann geht das schnell eigentlich. Eigentlich schon. Gib mir die Fruit. Am besten, dass es einfach schon ein Betamon ist. Das 12-12-Guy-Fight geklort ist. Wo habt ihr den Schweden von gestern gelassen? Ja, auf den Wagen war er. Keine Ahnung, der ist tot oder so. Und der... Der war in der Schweiz. Schweizerisch. 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 Der kommt noch. Hoffentlich. Hoffentlich. Allianz. Dann kriegt ihr den. Dann kriegt ihr überall Wagen. Wegen nicht erscheinend. Wer war da gestern aber mit erschienen? Au, Armin, ne? Ja. Erschienen, erschienen, erschienen. Einfach alles killen hier, ey. Einfach alles anklicken. In der Hoffnung, dass alles stirbt. Oder Kaiser. Man hätte auch einen Kaiser nehmen können. Oder Magna. Ja. Es gibt so viele, aber wir haben nicht eins davon. Ja, wir sind einfach schlecht. Boah, jetzt habe ich den Zaber Legoman angegriffen, ey. Aber greif die doch an, Nia, ey. Oha, wir haben ja schon halb acht gleich wieder, ey. Oha. So schnell vergeht die Zeit. Viel zu schnell. Och man. Ja, am Samstag haben wir genug Zeit. Ich glaube, wir saßen. Später, ich glaube, wir saßen, dass 21.45 Uhr so eine Quest ist. Ich weiß ja nicht. Warte mal. Welche Quest ist eigentlich jetzt wirklich die schlimmste? Eine mal. Ich glaube, echt die von Fanglung, man. Weil man mal vier Quests machen muss. Ja, da sind aber auch nur zwei, drei Stück da, die du Promo-Dings machen musst. Weil hier musst du einmal was killen gehen, fertig. Wie es mich einfach nicht juckt hat, mich Saba Legoman angreift, ne? Ja, das verdrückt gar nichts. Das ist wie Mist auch die ganze Zeit. Ja, das ist bei mir genauso gewesen. Ohne Scheiß. Ich habe auch früher gedacht, so, wo ich einen Trailer so gesehen habe, so, Boah, Saba Legoman, oha, da musst du ganz schnell hingehen, da musst du halt klatschen und sowas. Du, naja, und dann bist du dann da gewesen. Und dann war es früher voll der Noob. Hast du das wirklich nicht geschafft, weil du gedacht hast, du war wirklich mega stark. Und jetzt, ey, jetzt, fuck, scheiß auf, scheiß auf das hier, ey. Ich klatsche das mit meinem Ultra. Ja, kannst du auch mit Wookie klatschen, locker, ey. Danke, schon. Wow, okay, mit dem Equipment. Ich mein, hier, ult, äh, unter, unter 41. Du brauchst nur vernünftiges Food. Aber wenn du das hast, dann ist das wie einfach. Ja. Bam 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 bam. Ja. Einfach geil, die Quest, einfach geil. Wie viel hast du? 130. Ja. Puh.